Das mit dem Parken übt man noch, Max, ne? Kaputt. Lissandros erster Flug. Und weiter hoch. Traust du dich nicht, Lassi? Nicht so. Wegen der GoPro vom Luki. Und sieht man, was er filmt? Nee, das ist gerade der GoPro. Hast du ausgemacht? Ja. Fliegt der Max. Max geht ihm auch voll ab. Ist die besoffen oder was, Max? Das Ding macht mir Angst. Hier stinkt es voll. Sind hier Kühe oder was? Guck mal mit der Drohne, ob da hinten Kühe sind. In dem anderen Modus, guck. Pass auf. Ich fliege kurz mal weiter weg. Okay. Und dann? Jetzt bin ich im Home-Modus. Das heißt, ich fliege die ganze Zeit um mich rum. Ja. Okay. Voll die Stalker-Drohne. Das heißt, die Drohne ist vorne. Hinten ist hinten. Okay. Und jetzt? Wenn ich jetzt aber weiter zu mir fliege, merkst du, wie die wegfliege. Wir testen unsere neue Drohne. Das Ding macht mir Angst. Was probierst du jetzt aus, Max? Wir haben Lukis GoPro oben drauf machen müssen, weil unten bei diesem Gimbal, oder wie heißt das, Max? Dieses Teil unten? Ja. Da passt sie nicht drauf. Oder rein. Vielmehr. Deswegen haben wir so oben drauf geschnallt. Die GoPro vom Luki. Da ist sie. Der hat ja zu Weihnachten bekommen, die GoPro. Max, was machst du gerade? Machst du sie kaputt? Okay. Wo ist eigentlich die Bella? 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 Ach, da hinten ist sie. Es gibt so viel Akku. Ich brauche es da ein bisschen zu unten hin. Echt? Ja. Aber du wackelst noch so ein bisschen arg. Beim Runtergehen muss man so wackeln. Ja? Achso, damit sie nicht aufdotzt, ne? Auf dem Boden. Nein, dass sie nicht im selben Wind oder so wieder runter geht. Achso. Die Mama checkt sie da voll. Nicht. Bella guckt der Drohne zu. Okay. Die bleibt einfach nur sitzen, die Bella, ne? Das juckt die gar nicht. Die filmen nämlich gerade die Bella. Jetzt hat sie keine Lust mehr gehabt. Oh, Bella. Geh bloß weg von mir, sagst ihr. Ihr zwei Spielkinder. Ja, packen sie jetzt mal rein. Ja, toll. Geht auch kaputt. So, was machst du jetzt? Jetzt fliegt wieder der Lassie ein bisschen, oder? Ja. Ach, das mit dem Gimbal da unten, oder was? Ja. Ich habe es genau gewusst, dass du mich wieder... Wie, du machst es kaputt? Ach, du magst. Ach, du magst. Ja, nein, das ist super. Ja, es ist toll, wenn ich... So, beide Akkus leer. Da ist ein Akku. Wie lange hält denn so ein Akku? 20 Minuten. 20 Minuten? Also, wenn man nicht so fliegt wie er, 25 Minuten. Wieso, wie fliegt denn der Max? Ja, rasant. Ja. Rasant. So wie er Auto fährt, oder Lassie? Ja. Nee, der Max, der fährt so anständig Auto. Der kann nur nicht so gut parken. Also die Drohne. Das übt er noch. Ne, Max? Alter. Okay, also wir fahren jetzt wieder nach Hause. Ich hole ein Lugito ab. Und dann backen wir was, oder Lassie? Ja. Hast du Lust? Okay, sag mal. Okay, Leute, kurzer Schockmoment. Ich habe gedacht, der Max wäre mit meinem Auto hängen geblieben. Dabei ist das Dreck. Boah, ich bin gerade so erschrocken. Jetzt hat der Max gerade erstmal einen richtig fitten Anschiss gekriegt. Ja, weil mein Auto, hallo, das ist unser Schätzchen. Ich zeige euch mal, wie ich das meine. Also, warum ich jetzt gerade so erschrocken bin. Hä, Max? Ja. Hast einen Anschiss gekriegt von der Mama, hä? Schaut. Ja, der Max, du musst schon aus dem Weg. Schaut. Ich bin voll erschrocken. Ich habe gedacht, der wäre irgendwo hängen geblieben. Okay. Aber es ist scheinbar nur Dreck. Ich hoffe es für den Max. Ja, ich glaube, es ist nur Dreck. Oder, Max? Ja. Ich glaube, es ist nicht nur Dreck. Was sagst du nur so? Wenn das der Papa sieht. Okay, ich dachte, es wäre Dreck. Also, erst dachte ich, es wäre eine Macke. Dann dachte ich, es wäre Dreck. Wäre ja schön, wenn es Dreck wäre. Aber es ist tatsächlich eine Macke. Na toll. Na toll. Max kriegt nicht mehr das Auto. Ne, Bella? So. Steht immer recht. Mein Gott, echt. Das kann wieder nur uns passieren. Na ja, also, auf geht's nach Hause. Ja, so viel zum Thema ausparken, ne? Wie geht's? Max, du kannst einfach nicht gut parken. Er läuft in Zukunft. Ne, Max? Ja. Wenn das der Papa sieht, ey. Er freut sich. Nicht. Und, hat es euch Spaß gemacht? Ja. Ja. Aber der Akku hat echt nicht lang gehalten, ne? Na ja, wir sind ja jetzt nicht aufgehört. Hier, ne, Max? Jetzt ist mir einer entgegengekommen, gibt mir Lichthupe und ich überhole halt, weil er mir ja Lichthupe gegeben hat, ne? Ey, galt er sich auf des Grauens, ich Scheibe runtergemacht, ne? Nein, wieso wackelt er so? Dann habe ich mich mit dem angelegt. Ja, dann habe ich mich mit dem angelegt. Ja, ich meine, der gibt mir Lichthupe und gibt mir Zeichen, dass ich vorbei kann und dann riecht er sich auf, oder was? Aber wenn man die Kamera an sich drehen, könnte das schon. Okay, es geht berghoch. Ich mache die Kamera mal aus. Sonst rutscht der mir hier davon. Hello, hello, da sind wir wieder. Jetzt in Lissandros Zimmer. Sorry, wegen dem Licht. Draußen schneit es und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es gar nicht mehr hell wird heute. Also, wie gesagt, sorry dafür. Wir haben jetzt hier einiges vor. Der Lassie spielt mit der neuen Eisenbahn, die ihm jetzt der Max vermacht hat. Und zwar sortieren wir gerade unseren Spielzeugflur. Also, wir haben da so einen ganz großen Schrank. Den sortieren wir gerade aus, beziehungsweise schauen, was noch gespielt wird und was eben nicht. Und der Max hat die große Eisenbahn zurecht gemacht für den Lassie. Die hat der Max mal zu Weihnachten bekommen, hat geschaut, ob alle Teile vorhanden sind. Und jetzt ist sie eben in Lissandros Zimmer. Und der Lassie ist total süß, weil er jetzt die Schienen unter seinen Schrank gemacht hat. Richtig cool. Und funktioniert es, Lassie? Ja, ja klar. Okay. Ah ja, jetzt. Jetzt fährt es ein bisschen schneller. Vorhin ging sie langsamer. Was war da los? Ich weiß nicht. Okay. Und hier die Schnur, die kannst du doch noch runter machen und das Ding dran machen, oder? Ja, das geht sehr schwer. Geht schwer? Okay. Müssen wir dann selbst auch noch mal probieren. Mit Max vielleicht. Vielleicht, wenn er uns hilft. Das Bett beziehe ich auch gleich noch frisch. Da habt ihr ja gesehen, dass der Lassie neue Bettwäsche bekommen hat. Die ist in der Wäsche. Ist gleich auch fertig soweit. Ich bügel dann nochmal kurz drüber. Und ja, dann hat er ein schön frisch bezogenes Bett. Vielleicht habt ihr ja das Video gesehen, als wir den Schreibtisch ausgepackt haben, beziehungsweise aufgebaut haben, zusammen mit Max. Da habt ihr eben auch die Bettwäsche gesehen. Ja, und wir gehen jetzt mal in den Flur raus. Dann zeige ich euch mal das absolute Chaos. Und ja, nehmen wir euch jetzt mal mit. Aber ich halte extra die Kamera so, damit ihr nicht seht, was da hinten los ist. Da ist nämlich wirklich das absolute Chaos ausgebrochen. Ich hier mit meinen Schuhchen von H&M. Mir war nämlich vorhin total kalt. Und deshalb habe ich die angezogen. So, über alles drüber gestiegen. Jetzt muss ich hier über alles drüber steigen. Oh mein Gott. So, schaust du, ob der Max noch mit gerade Schiene hat? Ja. Okay. Also hier ist, wie gesagt, unser ganz großer Spielzeugschrank. Wir haben jetzt hier schon mal das raus. Und hier hat der Max mir auch schon mal alles drangeschrieben, was so fehlt, beziehungsweise ob wir noch damit spielen. Den Schrank hier, den hatten wir in unserem anderen Wohnzimmer. Ja, das haben wir jetzt halt hier hingestellt, als wir hierher gezogen sind, weil das voll teuer war. Das ist von Hülster. Also der Schrank, beziehungsweise das da vorne, ist von Brinkmann. Damals gewesen, super teuer. Und hier kommen dann jetzt weiße Möbel hin. Und jetzt sind wir halt so ein bisschen noch am aussortieren und gucken, was die Jungs noch so spielen. Und was macht der Max? Was machst du, Max? Alles klar? Auch am aussortieren? Wer da draußen schneit? Ich zeige euch das mal. Wartet mal. Schaut mal, wie es runterhaut. Oh Mann. Voll doof. Da ist ja der Max. Jetzt seh dann. Der ist am Sortieren an seinem Schreibtisch. Ganz fleißig. Okay, jetzt laufen wir wieder zurück. Das ist Moritz sein Zimmer. Gott, hier ist das absolute Chaos. Ich hasse das. Aber ich bin dann total glücklich, wenn wir alles sortiert haben. Also der Max macht das jetzt soweit. Und ich kümmere mich jetzt hier um Lissandros Zimmer. Wie gesagt, hier vorne sieht es ganz schlimm aus. Also ganz viele Kartons und so und Spielsachen. Ferngesteuerte Autos. Sachen, die der Lissandro gebastelt hat und so weiter. Die jetzt eben, ja, mal schauen, welchen Platz finden oder wo sie Platz finden. Und der Lassi baut hier fleißig weiter. Und der Luki, der ist noch in der Schule. Genau, der kommt aber auch bald. Und dann gucken wir mal, was wir noch alle gemeinsam machen. Na? Ja. Aber es ist cool, ne? So einen großen Bruder zu haben, der einem dann solche Spielsachen hier vermacht. Ja. Hätte ich mir auch gewünscht. Naja, also gut. Okay, dann mache ich jetzt mal hier weiter. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Oh Gott, Leute, ich hasse Chaos. Ich hasse Chaos. Toll, oder? Max, der Lissandro bräuchte noch eine Gerade. Hast du eben nur noch eine Gerade? Nein. Hessi, hast du das mal gezählt, wie viele da drin sind? Nein. Machst du das jetzt kaputt, oder was? Jetzt hat es so viele Jahre gehalten. Gibt so. Ah, Kip Down. Ich gebe dir gleich Kip Down. Übrigens, wisst ihr was? Ich zeige euch mal noch was. Hessi, warte. Ich versuche nichts kaputt zu machen. Das habe ich mal gebastelt. Das ist so eine Platte. Die Kinder haben Spongebob geliebt. Ne? Vor allen Dingen der Max. Geh, Max? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Alle Zeit. Diese Teile hier, die hat der Max jetzt schon aussortiert. Die waren dann in den Müllen. Leider. Und da ist eben auch Spongebob dabei. Zum Beispiel dieses hier, weil da Teile fehlen. Hier ganz viel Spongebob. Und das habe ich total geliebt. Kennt ihr das? Das war so eine Raupe. Die hat sich so bewegt. Der geht scheinbar auch nicht mehr. Hier noch ein Pussel. Von Spongebob. 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 Hier geht es noch weiter mit Spongebob. Meine Kinder haben das geliebt. Monopoly Spongebob. Oh Gott, wir haben so viel Spongebob. Naja. Egal. Also gut. Wir machen jetzt mal weiter und dann sehen wir uns nochmal. Wir backen jetzt. Geht mal alle Zutaten dahin und dann könnt ihr sehen, was wir jetzt backen. Also das sind alle Zutaten, die wir benötigen. Vielleicht könnt ihr es euch ja schon denken, was wir jetzt backen, der Lessie und ich. Blaue Lebensmittelfarbe und Kokosraspeln. Was könnte das sein? Ach, Lessie, ich habe noch die Augen vergessen. Wir haben doch noch so Augen. Achso. Warte, ich hole sie dir. Da sind sie. Okay, jetzt können wir loslegen. Ganz alte Waage haben wir. Eine ganz alte, die ist bestimmt schon 10 Jahre oder 15 Jahre alt. Ich weiß es nicht. Okay, was brauchen wir jetzt? Diese Dinger brauchen wir noch? Ja. Und ich stecke schon mal etwas rein. Okay. Bist du vielleicht mal Bäcker, Lessie? Hoffentlich. Kannst du ja Mama immer leckere Sachen backen. Okay? Okay. Okay. Aber das kannst du dann eher nicht. Ja. Bist du ein bisschen... Jetzt nicht? Nee, da stimmt irgendwas nicht. Da stimmt irgendwas nicht, Lessie. Warte mal, die Mama guckt mal. Und während der Lessie rührt, räume ich mal hier meine Backaufbewahrung. Ich habe hier mein ganzes Zeugchen. Das mache ich jetzt mal sauber. Und der Max, der ist auch hier am Start und der macht sich gerade was total ungesundes. Hamburger. Hamburger. Ja, lecker. Und hier sieht es wieder aus wie die Sau. Danke, Max. Ich habe geputzt gehabt. Okay, also, weiter geht's, Lessie. Ja. Jawohl. Sieht gut aus, Lessie. Mhm. Machst du prima. Ich wollte jetzt noch das Mehl hier reinfüllen in meinen Behälter. Jo, das mache ich jetzt mal. Während der Lessie weiter rührt und mein Behälter, der ist nämlich hier. Und den muss ich noch abtrocknen. Also, Lessie, warte mal. Du musst das alles jetzt ein bisschen mit dem da... Den Rand musst du dir jetzt so ein bisschen... Machst du es? Okay. Okay, dann kann ich nämlich hier jetzt einräumen. Schön sauber wieder. Ich muss mal gucken, wann das Datum da immer draufsteht. Das Verfallsdatum. Dass ich da nichts falsch mache. Ich habe doppelt Backposer. Oh Gott, schaut euch meine Nägel an. Ah, Hilfe. Müsste ich auch mal wieder machen, ne? Ah, bin interessiert's. Okay, also, jetzt gucke ich hier mal weiter und räume das schön ein, während der Lessandro hier weitermacht. So, das sieht ja schon ordentlicher aus, oder? Das muss man auch echt ab und zu mal machen. Und jetzt kommt das hier in Monshuang rein. So, zack. Und der Deckel kommt wieder drauf. Gut. Perfekt. Also, wir haben jetzt das erste Mal trocken Lebensmittelfarbe verwendet. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Wir haben da jetzt ein bisschen Wasser und Puderzucker angerührt und die Lebensmittelfarbe rein. Aber das Ganze jetzt hier drin, Lessie, wird dann viel zu flüssig. Das ist ja so cremig. Ja. Mach einfach erst mal einen Löffel und dann sehen wir ja, ob das dann so passt. Ja. Genau. Mach erst mal einen. Okay. Gut, das verrühren wir jetzt einfach nochmal, ne? Und du mögst es auch da? Ja. Genau. Du musst noch ein bisschen dunkler rein, ne? Mhm. Warte mal, ich drücke noch ein bisschen rein. Erster Cupcake. Jetzt müssen aber noch die Streusel drauf. Und der Keks in den Mund. Und die Augen, die sind da hinten. Okay, weiter geht's. Lässt sich der Schild? Oh nein, das gefällt mir nicht. Warte. Boah, ist doch gut. Gut? Ja. Okay. So ist besser. Okay, Lessies, erst einmal mit diesem Teil hier. Ja. Also nach unten, genau. Yep. Von der Mitte. Und hinten ein bisschen drücken. Ein bisschen. Jawohl. Und dann kommt die Creme raus. Okay. Und dann würde ich so kreisende Bewegungen machen. Gut. Super. Ja, das wird schon gut. Bisschen weiter nach unten wäre ich gegangen. Aber ist nicht schlimm. Fürs erste Mal, super. Mach erst mal das so weiter, genau. Und dann nach oben. Oh Gott. Jawohl. Das ist doch gut geworden. Fürs erste Mal. Ja, jetzt kommen die Streusel drauf. Oh. Ich würde es lieber so mit den Fingern drauf rieseln lassen. Hier sind dann die fertigen auf dem schönen Teller. Und hier ist unser Anrichteteller. Anrichteteller. Wir müssen einen Vergleich machen. Meiner und deine. Ja, aber du übst ja noch. Welcher wird wohl besser aussehen. Ja, aber du übst ja noch, mein Schatz. Ist ja alles gut. Ja, reicht. Gut. Okay. Dann der Keks. Oh, Keks. Der Mund noch. Stimmt. Eines nur dann? Ja. Genau. Und da sind unsere fertigen Krümelmonster. Der Alessandro hat sie jetzt dekoriert. Der hat die Augen drauf gemacht und die Kekse. Und die kommen jetzt nochmal in den Kühlschrank. Und dann würde ich sagen, lassen wir uns ein paar davon schmecken. Ja, das machen wir. Für die Mühe muss man auch mal belohnt werden. Ja, das machen wir.